Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier mit unserer Gruppe an Lefians Kreuzung. Ich habe das Gefühl, dass wir noch einiges zu erkunden und einige Gespräche zu führen haben. Wir haben ja auch hier einige Angelegenheiten für uns selbst zu klären. Was ich in eurer Abwesenheit schon mal gemacht habe, ich habe den ganzen Krempel verkauft beim Händler und habe mir schon mal ein, zwei Sachen rausgeguckt, die ich vielleicht dort kaufen werde. Aber vorher sehe ich, dass hier noch Kistchen leuchten, wo wir uns vielleicht noch bedienen können. Eisenbarren nehmen wir. Ich werde mal diese Barren vorerst nicht verkaufen. Die können wir auch verkaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann nochmal relevant wird. Vielleicht für Crafting oder sowas. Keine Ahnung. Also wir haben im Inventar schon einiges da zusammen gesammelt. Und zwar, das wird uns nur hier angezeigt. Genau, ihr seht es, Eisenbarren 5 und Bronzebarren 2. So, hier ist noch eine Truhe, die wir knacken können. Denn, ich sagte zuletzt ja eigentlich, ich will den Leuten nichts klauen. Ja, trankte Elementarbarriere. Also, so offensichtlich klauen, sagen wir es mal so. Der ist jetzt auch für uns nicht so entscheidend. Davon haben wir, glaube ich, schon ein oder zwei. Jetzt nochmal hier zur Händlerin. Wie gesagt, verkauft habe ich schon. Wir haben deswegen auch ordentlich Gold hier. Und zwei Sachen haben mir gut gefallen für unsere Truppe. Und zwar, das eine ist eine Geschichte für Waldur. Nämlich, schaut mal hier, ein Hut eines Adeligen. Das ist doch nun wirklich passend. Für ihn sehr teuer, aber auch von exquisiter Qualität. Wir würden damit unseren eher unpassenden Lederhelm ablegen und den anlegen. Weniger Abwehr, aber dafür mehr Genauigkeit und vor allem eine bessere Erholungsrate. Das gefällt mir wirklich gut. Gut, also nehmen wir das mal mit rein. Dann können wir eigentlich seinen Hut auch direkt verkaufen. Und für Lyra habe ich auch noch was entdeckt, was ich gerne ihr kaufen würde. Und zwar den, ja, den leichten Lederhelm. Und zwar einen ausgezeichneten, nicht einen einfachen, wie wir ihn hier gerade verkaufen. Der dürfte auch für Sie eine deutliche Verbesserung sein. 15 Gold. Okay, nehmen wir rein. Dann verkaufen wir mal Ihren Helm der Schale Roten Güter. Ja, ich weiß, der passt schon sehr gut zu ihr, aber naja, der ist einfach besser. Gut, handeln wir das mal. Ansonsten gab es immer mal wieder Hinweise, dass Valdo eigentlich unangemessen für ein Adeligen gekleidet ist. Ja, in der Tat, vielleicht ist das nicht sein Lieblingsoutfit. Es ist hier in diesem Spiel aber nun mal ein Magiermantel, der mit Zauberei verbunden ist. Es ist schwierig, hier etwas anderes anzuziehen. Also Lederrüstung, das würde ihn deutlich verlangsamen. Insofern müssen wir damit leben. Außerdem, ein bisschen passt das schon zu ihm, denn er ist schon ein so ein bisschen ein eitler Gag und ein Schönling. Wir sehen es auch hier an seinem wunderbaren Porträt. Also legen wir ihm mal den Hut des Adeligen an. Wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, das lasse ich mal an. Wunderbar. Und sie kriegt den Lederhelden. Wie sieht das bei ihr aus? Ziemlich dämlich. Das machen wir dann so. Okay, soweit dazu. Dann habe ich gesehen, auf der Karte, dankensweiterweise wird das ja angezeigt, dass wir da hinten noch irgendwas übersehen haben. Scheinbar eine Kiste. Ach, die ist da oben. Okay, das wird auf der Karte dann doch nicht so richtig angezeigt. Dann gehen wir jetzt auch nach oben und erkunden dort die zweite Ebene oder wie das hier heißt. Ich glaube, so bezeichnen die das Ganze. So, hinauf mit euch hier. Was ist das? Aufgrund der vielen Plünderungen können alle Brücken und Rampen in Lefians Kreuzung angehoben werden, damit die Siedler einen sicheren Zufluchtsort haben. Ja, haben sie ja bei uns auch getan. Möglicherweise gibt es, hm, gibt es möglicherweise noch Gegner hier oben. Ah, ich habe nicht den Eindruck. So, hier, ach, Harte Blutmoos. Da das offenbar niemandem direkt gehört, nehmen wir das mal mit. Und wir haben ein Geheimnis gefunden. Hier scheint irgendwie eine Ruine zu sein. Was ist mit der Dame? Ein Glück, dass wir diesen verspannten Tierficker los sind. Okay, von wem redet sie jetzt? Ich habe viele gute Freunde an die Geister verloren. Ach, die bewegen sich auch in den Mauern. So, was ist das denn hier? Tierhaut. Da mir das nicht als Verkaufsobjekte angezeigt wird, gehe ich davon aus, dass das auch möglicherweise noch Crafting-Objekte sind. Gut. Okay, das sieht doch hier schon mal sehr angenehm aus. Rastvorräte besitzen wir noch. Hier gehen wir gleich rein. Das scheint noch ein anderer Händler zu sein für Waffen, schwere Rüstung oder sowas. Hm, gut. Gut, dass ich noch nicht all mein Geld ausgegeben habe, aber wir gucken erstmal hier rein. So, das scheinen hier normale Leute zu sein. Okay, gleichgeschlechtliche Ehen scheinen hier kein Problem zu sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, wir fragen mal so ein bisschen, ne? Was kannst du mir über Lephans Kreuzung erzählen? Ich habe den Großteil meines Lebens hier verbracht, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es darüber viel zu sagen gibt. Sie denkt nach. Wir sind ein Handelszentrum und eine Zwischenstation für Reisende. Die Mauern sind ein bisschen gruselig, aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an sie. Sie blickt zu Deja. Was ist mit dir, Schatz? Deja zuckt mit den Schultern. Ihre Miene verändert sich keinen Deut. Was gibt es zu sagen? Die Stadt ist in Ordnung, aber unter dem Joch einer Besatzungsmacht zu leben, macht es schwer, sich wirklich zu entspannen. Fedra legt ihre Hand auf Dejas Schulter und Deja seufzt. Es tut mir leid, dass wir dir nicht mehr helfen können. Fedra zuckt verlegen mit den Schultern. Du hast nicht immer hier gelebt. Mehrere Jahre vor Kyors Invasion zog ich aus Lephans Kreuzung weg. Die Enkelin Lephans zu sein, war mit einer Verantwortung verbunden, für die ich nicht bereit war. In der Bastardstadt lernte ich Deja kennen und beschloss, für eine Weile zu bleiben. Aha, okay, das ist also die Enkelin. Also die Tochter des Mannes, den wir das letzte Mal getroffen haben. Nee, das war ja seine Frau, oder nee, es war seine Großmutter, oder war es seine Mutter? Nee, warte mal, seine Frau war es natürlich nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Mutter oder Großmutter, also Enkelin oder Tochter. Wir lebten in der Bastardstadt, oder warte mal, hat sie gesagt, oder Schwester. Ja, dann könnte es auch seine Schwester sein. Maximale Verwirrung, auf jeden Fall verwandt. Wir lebten in der Bastardstadt, als wir hörten, dass Kyors Truppen in die Stufen zogen. Also nahmen wir das als Motivation, umzuziehen. Sie lacht. Und ich glaube, wir haben es gerade noch rechtzeitig hinaus geschafft. Wir sind eine Weile lang mit einem Karawanen gereist, aber nichts fühlte sich wie ein Zuhause an, bis ich nach Lefians Kreuzung zurückkehrte. Man weiß nie, wie sehr man einen Ort vermissen kann, bis man mal eine Zeit lang weg war. Sie legt die Arme um Deja und drückt sie. Aber ich kann überall leben, solange sie bei mir ist. Es stimmt, dass die Geschäfte nicht mehr so gut laufen. Aber das ist gewiss nur vorübergehend. Die Händler versprechen einem hoch und heilig, dass ihre Lieferanten nicht beeinträchtigt sind. Aber jeder kann es spüren. Ich habe Vertrauen darauf, dass die Welt sich bald wieder erholt. Die Leute nennen mich eine Nerren, aber ich sehe keinen Sinn darin, über sein Schicksal zu jammern. Man nimmt, was das Leben einem gibt und man macht das Beste daraus. Na, das ist doch mal eine pragmatische Haltung. Okay, also jetzt nochmal. Nachfrage, du bist Lefians Enkelin? Vermutlich nur eine von vielen, aber die einzige, die jeder kennt. Und bevor du fragst, nein, Eldian ist nicht mein Vater. Ah, jetzt haben wir es. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber meine Großmutter war nicht gerade der Typ von Frau, der sich gerne niederlässt. Okay, damit sind die Familienverhältnisse einigermaßen geklärt. Wie stehst du zu den Geschmähten? Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ihre Ausgangssperre mag ein wenig strikt erscheinen und es ist nicht leicht, sich all Ihre Regeln und Vorschriften zu merken. Ansonsten lassen Sie uns in Ruhe unser Leben leben. Alles ist besser, als die Bruderschaft zu haben, ruft der ja. Gib mir 100 Regeln für jedes Mitglied der Bruderschaft, das aus dieser Stadt vertrieben wird. Okay, klare Haltung, gut zu wissen. Danke für deine Zeit. Jeder Zeitreisender, sagt Fedra fröhlich. Wenn du sonst noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Oh ja, die sind ja ganz angenehme Personen. Was haben die denn hier unter dem Bett versteckt? Wir schließen es. Wir gucken einfach mal. Aber das hat keinen besonderen Wert für uns. Das lassen wir da liegen. Und hier im Kleiderschrank. Oh, Bronzebahn. Naja, das wird eingesammelt. Das erlauben wir nicht. Als Strafe auch noch die Tierhaut. Ob man sich auf die Bronzebahnen hin ansprechen kann? Ich meine, es ist kein Eisen. Insofern jetzt vielleicht nicht so selten. Nicht so was Besonderes. Ah ja, hier waren wir schon. Okay, soweit dazu. Dann sprechen wir mal mit dem Händler. Gucken, was der so zu bieten hat. Willkommen, Freund. Ruft der Händler dir freudig zu. An seinem Gürtel klimpern Ringe. Er führt eine dramatische Geste mit seinen Armen aus, um seine Waren zu präsentieren. Was führt dich zu meinem bescheidenen Handelsposten? Suchst du etwas Bestimmtes oder siehst du dich nur um? Ah, okay. Wir können wieder wegen des Siegels fragen. Wegen des Händlersiegels. Das habe ich noch nie gesehen. Da musst du einen der anderen Händler fragen. So, was hat er anzubieten? Okay. Er ist der Mann für Waffen. Waffen. Feuer kennen wir nachher schon. Oh, was ist das denn? Schriftrolle. Siegiel der vulkanischen Waffen. Das ist interessant. Das kaufen wir natürlich mal sofort. Und gucken uns das später an. Diese Sachen schaue ich mir mal in Ruhe an. Wobei wir natürlich die schweren Rüstungen noch gar nicht verwenden können. Ob die Waffen jetzt hier deutlich besser sind, auf den ersten Blick würde ich sagen nein. Dann belassen wir es mal dabei. Das genietete Eisenkehlstück ist natürlich ganz nett, aber zu teuer. Wir kaufen jetzt erstmal das hier. Und werden das direkt mal lesen. Und lernen. Ja, sehr schön. Und auch das gucken wir uns dann aber noch später nochmal in Ruhe an. Was das für Auswirkungen auf unsere Zauber hat. So, hier haben wir noch eine Tür, die wir kontrollieren können. Noch eine Wohnung. Ah, okay. Das wird jetzt interessant. Das ist scheinbar die Schmiede. Und jetzt kommen wir zu einem heiklen Punkt. Denn Barik möchte dringend seine Rüstung loswerden. Und wir haben ganz klar Tunorns Haltung dazu gehört. Er will das nicht. Ich frage mich, ehrlich gesagt, wie viel weiß Tunorn von dem, was wir tun? Hat er irgendwie direkte Kontrolle? Kann er uns direkt irgendwie beobachten? Bei Kyros könnte man das fast vermuten. Aber bei Tunorn, ich bin mir nicht sicher. Und wenn man das Questlog liest, dann, gehen wir mal da hin, dann hängt da scheinbar noch eine andere interessante Sache mit dazu. Mit Zusammen mit dieser Geschichte. Denn mit Reichtum und Einfluss könntest du einen treuen Schmied anheuern und ihm eine Esse zur Verfügung stellen. Ein erweckter Turm wäre der perfekte Ort für eine Schmiede. Ja, also das scheint im Zusammenhang zu stehen. Und das wiederum hat nun direkten Machtzuwachs unsererseits. Hängt damit zusammen, beziehungsweise zur Folge. Und ich finde, das ist nochmal eine zusätzliche Motivation. Barik ist das eine, seine Loyalität aufrechtzuerhalten. Aber einen unserer Türme, falls wir dann mehrere Mal haben werden, mit einer Schmiede auszustatten. Das klingt doch irgendwie richtig gut. Okay, schauen wir uns erstmal um. Wir haben hier Lohara und Urantis. Außer ein paar Sachen, die wir uns genauer angucken können. Zum Beispiel das hier. Diese abgenutzten Eisenwaffen erwecken den Anschein, als wären sie erst kürzlich repariert zum Transport bereit gemacht worden. Wir gucken auch mal hier in die Schränke. Wir haben einen Hammer. Ein Hammer der Eisengebundenen. Ist das was für ihn? Ich würde sagen, nein. So, hier Pläne. Kopfgeldjäger. Diese Pläne beschreiben, wie man die legendäre Klinge namens Kopfgeldjäger schmieden kann. Für die Herstellung benötigt du Zugang zum Turm-Upgrade-Schmiede und die erforderlichen Materialien. Aha, da haben wir es also schon. Es scheint also sowas wie besondere Waffen und vielleicht auch Ausrüstungsteile zu geben, für die man einen Schmied benötigt. Also einen Grund mehr, einen Schmied zu holen. Und das Ding nehmen wir uns allerdings auch mit. Das lassen wir hier nicht liegen. Okay, und dann... Aha, ja. Neuer Turm-Schmiedeplan. Okay, alles klar. Das ist Zukunftsmusik, aber gut, dass wir das hier gefunden haben. Hier, Bronze wird einkassiert. Wobei, hier ist ja vielleicht noch okay, dass die hier Bronze haben. Diese Rüstung wurde eben erst von den Eisengebundenen geschmiedet. Sie ist immer noch warm. Heiß nicht anfassen. Na gut, dann reden wir mal erst mal mit dem Meister des Gießens. Das scheint der Mann für den ersten Arbeitsschritt zu sein. Ulantis überblickt den Raum mit erhaben wirkendem Gebaren. Er spricht dich an, ohne Augenkontakt herzustellen. Willst du irgendwas? Äh, was tust du hier in der Esse? Ich sorge dafür, dass hier alles reibungslos läuft. Hauptsächlich Wartung. Er lächelt schüchtern. Ich bin außerdem der Stellvertreter von Lohara. Würde ihr etwas zustoßen, übernehme ich hier das Kommando. Gibt es ein Problem? Er behält Lohara genau im Auge, als er dir antwortet. Ja, aber das sind Angelegenheit der Eisengebundenen. Nichts, was das hohe Gericht von Thunon betrifft, das versichere ich dir. Hm, aber dennoch, wenn das hohe Gericht fragt, dann erwartet es eine Antwort, wie ich finde. Naja, dann gucken wir mal bei Lohara vorbei. Eine muskulöse Frau richtet sich von ihrer Esser auf und wendet sich zu dir um. Das Licht des Feuers flackert auf ihrem Gesicht und lässt ihre Augen gefährlich tanzen. Sie grinst breit. Ihre Zähne sind der einzige helle Fleck in ihrem rußverschmierten Gesicht. Tötest du mit der linken oder mit der rechten Hand? Ich töte mit meinem Geist, meine liebe Lohara. Sie reibt ihre schwarzen Handflächen aneinander und blickt dich erwartungsvoll an. Für gewöhnlich kann ich es mit einem Blick erkennen, aber du bist etwas schwerer zu lesen. Hm, wir starren sie mal an. Diese Frau, mittleren Alters, ist in loses Leinen, einen schweren Kittel aus Segeltuch und eine Schicht aus Schweiß gehüllt. Sie ist ein lebendes Kunstwerk aus Rußflecken, Verbrennungen und Narbengewebe. Unter dem Ruß zeigt sich eine Haut, die selten je von der Sonne berührt wurde. Ihre weißen Zähne verschwinden hinter einer grimmigen Mine. Rechts oder links? Oh Gott. Begrüßt man sich bei dir zu Hause so? Beantwortest du auch Fragen mit Gegenfragen? Sie lässt wieder perlenweiße Zähne aufblitzen und lacht leise vor sich hin. Es ist eine einfache Frage, Kind. Wenn du ein Werkzeug führst, um mein Leben zu beenden, welche Hand verwendest du dafür? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ist Waldo Rechtshänder oder Linkshänder? Ja, wisst ihr was? Ich sag einfach mal links, weil Waldo ist halt was Besonderes. Zur Kenntnis genommen. Sie packt ihren Gürtel und hieft ihn hoch. Die picken Ahlen und Zangen, die an ihm hängen, klimpern und rasseln. Ich bin Lohara, Meisterin der Härtung und Essemeisterin von Lefjans Kreuzung. Meine Aufgaben sind zahlreicher als die verbleibenden Stunden des Tages, aber ich lasse meine Arbeit gerne ruhen, um mit dem ehrenwerten Schicksalsbinder zu sprechen. Wie kann ich helfen? Ich möchte gerne mit dir über... Ne, damit fangen wir jetzt noch nicht gleich an. Erzähl mir erstmal von Lefjans Kreuzung. Ich sehe nicht viel davon, nur das. Sie deutet auf das Dach und die Wände der Esse. Lefjans und ihre Händel haben sich vor einer Weile hier niedergelassen. Die tapferen Narren haben Brücken über die Altmauern errichtet und es sind eine Wegkreuzung und ein Handelsposten entstanden. Richtiger Pioniergeist. Kyros-Truppen hätten das Dorf vermutlich ignoriert, wenn nicht jemand entdeckt hätte, dass es hier überall Eisen gibt. Man kann nicht einmal seine Kleider im Fluss waschen, ohne dass sie mit Rostflecken wieder herauskommen. Das Eisen hat Lefjans Kreuzung also wichtig gemacht, so wichtig gemacht, dass Kyros es für sich haben wollte. Es war sinnvoll, einige von uns Eisengebundenen hier nach Lefjans Kreuzung zu bringen. Es ist einfacher, uns zum Eisen zu bringen, als das Eisen über die Berge zu karren. Außerdem ist das hier eine Kreuzung. Aus unserer neuen Werkstatt hier können wir unsere Verbündeten schneller mit Nachschub versorgen als je zuvor. So, das ist jetzt mal interessant. Erzähl mir über die Eisengebundenen. Seit Jahrhunderten strebt meine Gilde nach der Vereinigung von magischer und handwerklicher Perfektion. Andere beschäftigen sich nur mit dem Arkanen, um ungeheuerliche Macht zu erhalten. Wir studieren es, um die traditionellen Begrenzungen unserer Künste und Handwerke zu überwinden. Die Esse ist die vornehmliche Konzentration dieser Studien, doch nicht aller Eisengebundenen bearbeiten Metall. Einige sind Weber, Schreiner, und eines unserer seltsameren Mitglieder hält sich für einen Koch. Der weise und mächtige Kyros war sehr gut zu unserer Gilde. Er hat angeboten, unsere Waffen und Rüstungen jenen in die Hand zu geben, die die Welt verändern wollen. Sie grinst breit, und er hat Wort gehalten. Kunstwerke der Eisengebundenen haben die Stufen platt gewalzt, und alle, die sich Kyros-Truppen entgegenstellen, betten ihre Köpfe auf eisengebundene Speere. Was kannst du mir über die Eisengebundene Meisterin sagen? Stenia ist die beste Anführerin, unter der ich je arbeiten durfte. Sie führt die Eisengebundene mit ruhiger, aber strenger Hand. So sorgt sie dafür, dass unsere Arbeit immer von höchster Qualität und in allen Belangen unerreicht ist. Ich bin Stenias Stellvertreterin, weshalb ich die Schmiedemeisterin von Levians Kreuzung bin. Sie deutet auf Ulantis. Er ist mein Stellvertreter, sollte mir etwas zustoßen. Ich arbeite noch nicht lange mit ihm, daher weiß ich nicht viel über ihn oder die langfristige Qualität seiner Arbeit. Er wurde aber von Stenia ernannt, also muss er gut sein. Joa, fragen wir mal hier so direkt, ne? Oder nee, fragen wir erstmal hier das. Warum fertigt man Waffen an, wenn man seine Feinde mit Baggy tot töten könnte? Warum gehst du, wenn du Träger bezahlen könntest, dich zu tragen? Sie schüttelt wutschnaubend den Kopf. Wir haben Wege, uns vor denen zu schützen, die uns Böses wollen, aber wir studieren das Arkane, um zu erschaffen, nicht um zu zerstören. Das überlassen wir anderen. Sie können unsere Werkzeuge nehmen und damit Chaos sehen, wenn sie das wünschen. Ich würde lieber das Chaos nehmen und Ordnung hinein zwingen. Kannst du mir etwas Magisches anfertigen? Nein. Sie lächelt und schüttelt den Kopf, aber fast jeder fragt das. Relikte Arkaner Macht müssen aus sich selbst erwachsen. Sie werden nie aus dem Nichts gefertigt. Sie hebt einen Finger und lächelt. Was ich aber tun kann, ist, meine Magie zu nutzen, um meinen Hammer mit perfekter Präzision zu führen oder einen Zauber zu wirken, um geschmolzenes Metall mit meinen bloßen Händen formen zu können. Wir können Artefakte von einzigartiger Qualität und Veredelung fertigen, aber sie müssen zu großen Taten genutzt werden, um zu Relikten der Macht zu werden. Und deswegen streben wir danach, die Werke unserer Esse in die Hände außergewöhnlicher Personen zu legen. Ja, so wie Waldo oder was? So wie wir. Wahre Legenden entstehen nur aus der Allianz von Schwertmacher und Schwertmeister. Ja, ich bin da. Wie genau hilft ihr Magie, euch Dinge zu fertigen? Unsere wichtigsten Rituale verbinden den Handwerker, die Werkzeuge und die Materialien zu einer Einheit? Sie lächelt unsicher, so in der Art. In meiner eigenen Arbeit zieht die Esse alle meine Sinne, die Klinge, die ich bearbeite, ich sehe die kleinste Kerbe oder berühre die Kante der Klinge mit dem Finger und spüre ihre Schärfe, ohne meine Haut zu verletzen. Eine solch perfekte Handwerkskunst hat natürlich ihren Preis. Wenn Herz und Lungen mit Flamme und Hammer verbunden sind, kann ein feingelassener Hammer zum Herzstillstand führen. Die meisten unserer Mitglieder sterben bei der Arbeit, getötet durch eine Ablenkung oder einen einfachen Fehler. Sie errötet. Wir verlieren viele Lehrlinge. Oha, so eng sind die verbunden? Hm, interessant. Erzähl mir von den Geschmähten. Die Geschmähten haben uns als Ehrengäste behandelt. Wir erhalten Privatsphäre, Autonomie, Nahrung und Schutz. Im Gegenzug geben wir ihnen das beste Eisen in den Stufen und sie setzen es ein. Sie zuckt mit den Schultern. Eine nützliche Vereinbarung. Aber ich bin keine Nerne. Ich lese nicht zu viel in ihre Güte hinein. Wir sind eine Kriegsressource und existieren nur, weil wir ihre Gier nach gutem Eisen nähren. Gut. Warum wolltest du etwa wissen, ob ich mit der rechten oder mit der linken töte? Der Handschuh ist der schwierigste Teil und der am interessantesten zu bearbeitende. So viele Schuppen in so vielen unterschiedlichen Größen und dann gibt es noch die Nieten. Sie reibt Daumen und Zeigefinger zusammen. Ruß und Eisenstaub rieseln herab. Ich kann mir vorstellen, dass du in deiner Branche viele Kämpfe erlebst. Ein Handschuh nutzt sich grundsätzlich immer vor dem anderen ab. Ich überlege ständig, was zuerst repariert werden muss. So einfach ist das. Ich weiß gar nicht, ob Waldur Handschuhe trägt, wenn dann nur vornehme Stoffhandschuhe. Ich glaube nichts für sie. Kannst du etwas für mich herstellen? Kann ich? Sie hebt eine Augenbraue selbstverständlich. Werde ich? Nun, Kyros hat Wartelisten, nicht ohne Grund erfunden. Sie seufzt. Jeder Eisenschreiter und jeder Bandenschef des Schallachroten Chors besticht mich und schmeichelt mir in der Hoffnung, dass ich Überstunden mache und ihnen ein ganz besonderes Dies oder ein einzigartiges Das schmiede. Ihr Mund bewegt sich, als würde sie weitersprechen wollen, doch sie verschränkt nur stumm die Arme. Oh ja, wir können List, finde ich ganz gut. Mir war nicht bewusst, dass die Frage so unverschämt ist. Bitte verzeih. Ich halte jeden Tag unmögliche Forderungen. Doch ist es nicht die Menge, es ist der Zweck. Sie senkt ihre Stimme zu einem Flüstern und tritt näher an dich heran. Mich macht es wütend, dass Kyros Forderungen, unser Werk hier, auf reine Quoten reduziert. Ich sollte meine Arbeit für jeden Soldaten individuell gestalten dürfen. Nur Lehrlinge können etwas daraus lernen, immer wieder denselben Helm in derselben Größe anzufertigen. Okay, hätten wir ansonsten was bekommen, aber auf jeden Fall ist es interessant, dass sie ein bisschen frustriert ist. Vergiss, dass ich gefragt hatte. Das werde ich. Geht es dir gut? Du siehst erschöpft aus. Ekstatisch. Ihre Stimme ist nüchtern und ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Das Ritual der Esse verbindet Herz mit Hammer. Mein Blut pumpt nur, wenn ich auf meinen Barren schlage. Meine Esse wird zu heiß, wenn mein Atem zu schnell wird. Die Bande sind gleichermaßen erschöpfend und belebend. Könnte dich das nicht umbringen? Ja, hat sie eigentlich schon gesagt, ne? Das will ich hoffen, sie lacht, ihr Gesicht errötet in der Farbe von geschmolzenem Metall. Besser als geschändet und von Banditen getötet zu werden, von der Getreidefeule dahin gerafft zu werden oder beim Kindergebären zu verbluten, würde ein Soldat sich nicht wünschen, im Kampf zu sterben. Bist du deswegen so gut in deinem Handwerk? Nun ja, das und viel Übung, sagt sie mit grimmiger Miene. Aber ja, das Ritual verbindet die Sinne mit den Materialien, und den Körper mit den Werkzeugen. Meine Hand führt zu einem Belenk, der Hammer zum wahren Ende meines Arms. Ich spüre die Hitze der Esse, als wäre sie das Wetter des Raumes. Unter diesen Umständen kann wahre Konzentration erwachsen. Faszinierend. Sprechen wir über etwas anderes. So, jetzt Barik. Ich werde das jetzt ansprechen, auch wenn das jetzt hier nicht gerade ein heimlicher Ort ist. Ich befürchte, das geht sonst nicht anders. Und ich befürchte, wenn wir wirklich eine Schmiede für uns haben wollen, dann müssen wir das über diesen Weg erledigen. Vermute ich mal. Insofern hoffen wir, dass das gut geht. Ich möchte gerne mit dir über Barik sprechen. Was ist mit ihm? Ich hätte gehofft, dass du Barik... Wir machen mal erst ein bisschen vorsichtiger. Ich hätte gehofft, dass du Barik untersuchen würdest. Hat der Richter keine Anordnung gegen genau diese Handlung erlassen? Tatsächlich, er hat jeder Gildenwerkstatt die Entscheidung per Botenvogel zukommen lassen. Was tunon? So viel Misstrauen hat er uns gegenüber. Wer du in dir nur mal ansiehst, ist das nicht explizit gegen die Entscheidung des Richters, oder? Schicksalsbinder, erlaube mir, dir das Folgende klar und deutlich zu sagen. Wir Eisengebundenen haben Tuna und dem Richter, dem Archonten der Gerechtigkeit, die Treue geschworen. Diesen Eid vergessen wir nicht einfach so, und wir haben es auch nicht eilig damit, ihn zu umgehen. Unsere Pinglichkeit ist nicht auf unser Handwerk beschränkt. So sieht Eidestreue aus, Schicksalsbinder, falls du das vergessen hast. Hm. Okay. Hm. Wir könnten jetzt List anwenden. Es ist ziemlich gewagt und plump. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob es noch einen anderen Weg geben könnte. Wir könnten nochmal den Stellvertreter ansprechen. Vielleicht ist das jetzt hilfreicher. Wir könnten nochmal durch den Ort gehen. Vielleicht finden wir noch einen anderen Schmied. Ich hoffe mal. Ich werde jetzt erstmal, ich will das mal nicht riskieren. Ich werde diesen Weg gehen, wenn es keine andere Lösung gibt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht verbaut, wenn ich jetzt Danke sage. Aber wir versuchen erstmal einen anderen Weg noch. Danke für deine Zeit. Sie nickt bewusst, wendet sich ab und hält dann inne. Schicksalsbinder. Es könnte da jemanden geben, der dir helfen kann. Ah. Aha. Okay. Sie sagt es schon von selbst. Hm. Gerüchten zufolge gibt es im Steinmeer irgendeine Magierschmiedin. Sie hätte eigentlich getötet werden müssen. Daher nehme ich an, dass sie ein Abkommen mit diesem glühenden grünen Bastard von Nerath getroffen hat. Ich kann dir keinen Namen geben, aber du könntest dich in der Gegend von Halbtor umhören. Solltest du das Pech haben, dich dort aufhalten zu müssen. Danke, Lohara. Danke, Lohara. Ich weiß das zu schätzen. Auf Wiedersehen, Schicksalsbinder. Was mich angeht, so hat dieses Gespräch niemals stattgefunden. Na, das klingt doch ganz gut, als ob das jetzt unter uns bleibt. Okay, da haben wir also einen weiteren Hinweis. Das scheint in dem Gebiet zu sein, wo Nerath Stimpen ist. Das würde ja auch passen eigentlich zu unserer Konstellation. Na gut, interessant. Prima. Wir werden das nächste Mal den Ort weiter erkunden. Mal schauen, was sich hier noch ergibt. Also bis dahin macht's gut. Euer Steinball. Wir werden das nächste Mal den Ort weiter erkunden.